Willkommen zu diesem Video über die linke Satzperipherie im Deutschen. Bei diesen Videos hier geht es um Analysetechniken. Es geht nicht so sehr um Wissen, sondern es geht einfach darum, bestimmte Prozeduren zu zeigen, mit denen man sprachliches Material analysieren kann. Und wir beginnen mit Satzstruktur und ich zerlege das in jetzt erstmal die linke Peripherie und dann die rechte Peripherie. Sie sehen gleich, was ich damit meine. Und wenn Sie Sätze vor sich haben, jetzt gucken wir uns mal unabhängige Aussagesätze an, dann ist ja immer die Frage, wie fangen Sie mit der Analyse an? Und eine Möglichkeit ist, mit der linken Peripherie zu beginnen. Wir schauen uns jetzt mal so einen Satz an. Wir haben jetzt hier mit alle Macht geht vom Volker aus einen unabhängigen Aussagesatz vor uns. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass Sie das erkennen. Die Frage ist ja, wie können wir die Analyse dieses Satzes so beginnen in irgendeinem Modell, ob es Felder-Modell ist oder Phrasenstruktur, dass wir schon mal nicht mehr bei dem ganzen Rest gravierende Fehler machen können. Und dazu gibt es eine ganz einfache Technik. Sie bilden den Ja-Nein-Fragesatz oder Entscheidungsfragesatz zu dem, was da steht. Wie wäre der Ja-Nein-Fragesatz zu diesem Aussagesatz? Das wäre also die Frage, auf die Sie antworten können. Ja, alle Macht geht vom Volker aus. Ich hoffe, Sie stimmen mir zu, dass das folgender Satz ist. Geht alle Macht vom Volker aus? Der Vorteil, wenn Sie das gemacht haben, ist, dass hier vorne ein finites Verb steht in jeder Ja-Nein-Frage. Und was Sie dann automatisch wissen, wenn Sie diese Probe gemacht haben, ist es das, was jetzt hier vorne steht, in diesem Aussagesatz, das zentrale, finite Verb ist. Diese Erkenntnis können Sie in einer Analyse im Felder-Modell verwenden oder in einer Phrasenstrukturanalyse. Und wir schauen uns jetzt gleich an, wie das geht. Wichtig ist bis hierhin aber, Sie machen eine Ja-Nein-Frage aus dem Aussagesatz und das finierte Verb, was dann vorne steht, müssen Sie finden in dem Aussagesatz. Und von diesem Punkt geht Ihre gesamte Analyse aus. Was heißt das jetzt konkret? Wir können zum Beispiel im Felder-Modell uns jetzt Gedanken darüber machen. Und da ist es besonders einfach, weil das Felder-Modell relativ einfach ist. Wenn Sie dieses Verb über diesen Fragetest gefunden haben, wissen Sie, dass das hier die linke Satzklammer ist. Und damit ist eigentlich der Rest vorbestimmt, denn Sie wissen dann, dass das hier das Vorfeld ist. Und Sie wissen, dass hier das Mittelfeld zumindest beginnt. Und was dann hier hinten passiert, das müssen wir uns dann nochmal gesondert anschauen. Wenn Sie jetzt eine Phrasenstrukturelle Analyse machen, spielt genau dasselbe Verb wieder die zentrale Rolle. Das Problem mit Phrasenstrukturanalysen ist, dass die nicht alle gleich aussehen. Da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Ich beginne jetzt einfach mal damit, wie es in der dritten Auflage von Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen aussehen würde. Da wissen wir ja, der Satz ist im Grunde dreigliedrig. Das heißt, ein Satz besteht aus drei Teilen. Und zwar einer Konstituente, XP. Das ist einfach nur eine Abkürzung für irgendeine Phrase. Einem bewegten Verb und einer VP, wo dieses Verb rausbewegt wurde. Und das Schöne ist, dass Sie, wenn Sie diesen Fragetest gemacht haben, hier diesen Baum schon so weit fertig machen können, dass Sie dieses zentrale Verb, was Sie über den Fragetest, die Frageprobe gefunden haben, auf jeden Fall mit diesem bewegten, finiten Verb identifizieren können. Und das, was davor steht im Felder-Modell, das Vorfeld, das ist die bewegte XP. Und dann können Sie sich natürlich noch überlegen, was für eine Art von Phrase ist das. Das ist jetzt in dem Fall eine NP. Das heißt, wir könnten jetzt hier NP einsetzen. Und dann wissen wir auch hier in diesem Ansatz, dass wir schon mal zwei Drittel der Struktur richtig haben. Hier hinten müssen wir uns noch mal genauer anschauen, was da passiert. Das wäre dann ein Video zum Mittelfeld und zur rechten Peripherie. Ich möchte Ihnen jetzt abschließend noch zeigen, dass das auch mit komplexeren Sätzen funktioniert. Also Sätze, die zum Beispiel mehrere finite und infinite Verben haben und zum Beispiel auch Nebensätze. Alle haben gewusst, dass es regnet. Das ist jetzt ein komplexerer Satz als der vorhin, aus mehreren Gründen. Wir haben hier einen Nebensatz. Das heißt, wir haben hier noch ein zusätzliches finites Verb. Und das Verb hier des Hauptsatzes oder Matrix-Satzes ist eine analytische Verbform. Also wir haben da ein finites und ein infinites Verb. Der Test funktioniert hier genauso gut wie in dem anderen Satz. Überlegen Sie sich, wie wäre die Ja-Nein-Frage? Haben alle gewusst, dass es regnet? Die Antwort wäre Ja. Alle haben gewusst, dass es regnet. Und jetzt können Sie genau dasselbe machen, obwohl dieser Satz ein bisschen komplexer ist. Sie schauen sich an, okay, hier vorne habe ich jetzt ein finites Verb. Die Form könnte auch ein Infinitiv sein. Jetzt wissen Sie aber auf jeden Fall, es ist ein finites Verb, sonst stünde es im Fragesatz, im Ja-Nein-Fragesatz, nicht vorne. Und dann finden Sie einfach dieses Verb in dem Aussagesatz. Hier haben wir es schon. Und Sie wissen wieder, das ist die linke Satzklammer. Das ist das Vorfeld. Hier beginnt zumindest das Mittelfeld. Und Sie wissen, das ist das bewegte, finite Verb. Und das ist die Konstituente, die davor bewegt wurde. Das wäre es schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat Ihnen was gebracht. Schreiben Sie mir in die Kommentare, ob noch Fragen offen sind. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.